So Leute, ich habe mal wieder Lust ein Bild zu bearbeiten. Kann unter die Kategorie Urlaubsfotos schnell verbessert fallen? Kein Hack, nichts verstecktes. Einfach ein Bild mal bearbeiten. Schnell ist mir neulich beim Durchsehen der Festplatte wieder auf den Monitor gekommen. Das fand ich ganz cool und ich dachte vielleicht kann man da ein bisschen mehr draus machen. Wer genommen in Estoril. Ja, Fotocamp geht auch bald wieder los. Werbung Fotocamp im März 2025. Werbung Ende. Entschuldigung. Ja, dieses Bild hier würden wir gerne ein bisschen anders bearbeiten. Eigentlich haben wir da einen Abendspaziergang gemacht in Estoril direkt am Strand und da ist so ein kleiner Steg, wo so ein älterer Herr am Angeln war. Unspektakulär, eigentlich nur drauf gehalten. Ich glaube sogar in so einer Halbautomatik Kameraeinstellung. Fand ich ganz cool, so mit diesen kontrastreichen Unterschieden zur Sonne da hinten und das wollen wir noch mal ein bisschen mehr aufpeppen. Oder ein bisschen kontrastreicher machen. Oder ich weiß ja noch gar nicht was. Ich fange einfach mal an. Ich fange ja eigentlich immer an duplizieren wegen diesem Vorher Nachher Quatsch. Ding Dong und natürlich Kamera Raw Filter. Und dem vertraue ich eigentlich auch ein bisschen. Ich gehe hier oben einfach mal auf Bearbeiten und sag mal Auto und guck was passiert. Auto. Ja, er hat es mir im ganzen so ein bisschen heller gemacht. Finde ich hier untenrum auch ganz schön. Oben finde ich es eigentlich nicht so schön. Da fand ich es eigentlich knackiger, wenn es ein bisschen dunkler ist. Also mache ich es mir wieder dunkel. Ich lasse die Einstellung so bei dem Bearbeiten. Ich gehe jetzt hier mal in die Masken und suche mir mal einen linearen Verlauf und den ziehe ich mir mal von oben hier runter. Bei gedrückter Steuerungstaste bleibt es gerade. Wenn ich die Steuerungstaste nicht gedrückt habe, kann ich das auch so schräg machen. Drücke ich für die Steuerungstaste. Zack, ist es wieder gerade. Und den Bereich, der jetzt rot ist, der wird bearbeitet. Und das mache ich einfach wieder einen ticken dunkler. Belichtung ein bisschen runter. Soll ja, soll nachher auch ein bisschen knallen. So. Okay, ich klicke mal auf OK und sehe ich jetzt schon einen Unterschied. Einen kleinen. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den Angler so ein bisschen mehr in den Fokus geholt. Schaut mal hier unten. Seht ihr, da ist es jetzt heller geworden und der Horizont selbst oben, alles ein bisschen dunkler, ist irgendwie noch schöner. Dupliziere ich auch noch mal. Braucht ihr nicht machen. Ist auch da nur für so einzelne Schritte mal anklicken vorher, nachher. Jetzt ist es so, mit Sonnenuntergang fotografieren immer schwierig. Das ist mir noch, das knallt mir zu sehr her. Die ist halt noch da. Man hat auch immer nur so ganz kleinen Moment Zeit. Was ist denn, wenn wir das einfach mal weg machen? Manchmal sieht das ja auch cool aus. Ich gehe einfach mal aufs Entfernen-Werkzeug. Ich mache den Pinsel dafür mal ein bisschen größer. Gehe mal voll drauf und mache mal Klick. Und guck mal, was er mir da anbietet. Dauert einen kleinen Moment. Und, come on. Finde ich gar nicht schlecht. Nur wenn gar keine Sonne da ist, dann können wir so viel Spiegelung hier auch nicht gebrauchen. Dann klicke ich da auch noch mal. Ja, ist doch schon cool. Finde ich cooler. Finde ich besser. Ist die Sonne halt untergegangen. Haben wir das Foto fünf Minuten später gemacht. Ja, finde ich ganz geil. Was können wir noch machen, um da mehr Farbe reinzubringen? Warte mal, was ja immer geht, sind Latz. Das liebe ich ja. So irgendwie mit rumzuspielen. Und wir suchen einen, den ihr ganz sicher auch habt. Und das ist so was Warmes. So entweder Fall Colors. Ja, der ist so ein bisschen dreamy. Oder wir nehmen Crisp Warm. Der knallt, glaube ich, ein bisschen mehr. Da ist er. Ja, finde ich fast noch besser. Vielleicht brauchen wir den gar nicht so doll nehmen. Wir können ja mal 70, 60, 60. Gefühlssache. Also, naja, ganz cool. Jetzt ist dieses Ding noch schief hier, dieser Poller. Ich bringe mal die Ebenen alle zusammen mit Umschalt, Option, Command, E. Dann erstellt er mir aus allen bearbeiteten Ebenen eine neue Ebenen, die ganz oben ist. Und damit gehe ich noch mal den Camera Raw Filter. Und jetzt gibt es da verschiedene Automatiken, das Bild gerade auszurichten. Ich finde die alle nicht so schön, weil die dann das Bild sehr kroppen. Also wenn man das dann benutzt, dann werden Teile vom Bild weggeschnitten. Ich arbeite immer noch gern, das ist super Oldschool, ich weiß, mit den Hilfslinien. Also wir gehen hier erst mal, hier oben ist es für Geometrie. Da klicke ich einmal drauf und ihr habt ja verschiedene Optionen. Das ist der Automatik Modus und ich gehe immer auf diese Hilfslinien. Klicke ich einmal an und jetzt brauche zwei Linien und ich nehme mal diese Linie, ziehe sie bis dahin und ich mache noch eine diese Linie bis dahin. Und wenn ich dann loslasse, zack, ist es gerade. Es ist ein bisschen gewölbt jetzt hier. Da ist ein bisschen runter der Horizont. Aber ich finde es trotzdem so besser. So ist das zumindest hier gerade, was so im Fokus steht. Ich klicke mal OK. Gucken wir uns auch jetzt schon mal an den Unterschied. Das war das Bild vorher. Das ist es nachher. Finde ich schon viel cooler. Vorher, nachher, gerade und so weiter. Was jetzt nicht gefällt, ist dieses Hotelbunker da. Den kriegen wir aber auch weg. Nehmen wir wieder ganz normal unser Entfernenwerkzeug und wischen da einmal rüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das hinbekommt. Da klicken wir auch noch mal hin. Den Kran. Kran braucht auch kein Mensch. Ja, cool. Was können wir noch machen? Einen schnellen machen wir noch. Wir machen noch einen LUT. Komm, wir übertreiben hier. Es soll ja knallen. Und wir brauchen noch einen, den ihr habt. So ein Geschmackssache-LUT. Es gab doch irgendeinen, der hieß doch auch so mit Sunset irgendwas, ne? Was war denn das noch? Wie hieß der? 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 Late Sunset. Da ist er. Was macht der denn? Oha. Heute ist ja alles ein bisschen lila. Hintergrund ist lila. T-Shirt ist lila. Aber ganz cool. Natürlich viel zu Matsch. Gehen wir mal auf Null und regeln mal ein bisschen was rein. Aber so, das ist ja, das ist ja schon sehr, das ist schon mystisch so, oder? Okay, wir bringen hier nochmal alle zusammen mit Umschalt, Command, Option und E. Und können dann das ganze Bild mit Command L nochmal vielleicht einen Ticken heller machen. Die Mitteltöne nochmal ein bisschen hoch und die Tiefen nochmal ein bisschen runter. So, jetzt gucken wir nochmal vorher, nachher. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin so ein bisschen auf dem lila Trip gerade, aber das war ganz einfache Techniken. So würde ich es posten, so würde ich es gerne ausdrucken, so sieht es noch einen Ticken knackiger aus, ein bisschen cooler. Ja, vielleicht war das ein oder andere dabei. Ich weiß, das ist alles fast nichts Neues, aber manchmal muss man nur viele Sachen wiederholen und die sind immer noch gut. Die alten Sachen sind oft immer noch gut. Ja, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.